Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde auf unsere Urlaubstour. Heute nehme ich euch mit in das Heinrich-Hacher-Museum in Hüttenberg. Das war ja eines unserer großen Ziele auf der Tour und ihr habt es gerade gesehen im Bild. Ja, das Heinrich-Hacher-Museum in Hüttenberg beschäftigt sich natürlich mit dem Leben von Heinrich-Hacher. Wer das ist, das bedarf glaube ich keiner Erklärung mehr. Spätestens seit dem Film 7 Jahre in Tibet, basierend auf dem Buch 7 Jahre in Tibet, ist ja der Name doch sehr bekannt. Der große Tibet-Reisende, einer der ersten Europäer zusammen mit seinem Kumpel, die Tibet überhaupt besuchen durften und es geschafft haben bis nach Lhasa durchzudringen und dort den Dalai Lama in seiner Jugend kennenzulernen. Er war ja dann Zeitlebens Freund vom Dalai Lama. Der Heinrich-Hacher ist dann glaube ich 2006 verstorben, sowas in der Richtung. Und dieses Museum beschäftigt sich mit seinem Leben. Ein Großteil davon nimmt natürlich der Part in Tibet ein, aber Heinrich-Hacher hat natürlich auch vorher und nachher sehr viele Exkursionen in die ganze Welt gemacht. Afrika war dabei, sieht man später auch noch der Pazifik, verschiedene Inseln hat er besucht. Also der ist richtig weit rumgekommen und dieses Museum, das hat uns als wir das erste Mal dort waren, 2019, hat uns das sehr fasziniert. Und seitdem gehen wir regelmäßig da hin, wenn wir dort sind und gucken uns das an. Auch wenn sich jetzt der Inhalt des Museums nicht allzu sehr ändert, aber man kann dort wie nirgends anders in die Stimmung eintauchen, was halt Tibet und das ganze Drumherum ausmacht. In Hüttenberg gibt es auch ein Tibet-Zentrum, das ist dann oben auf dem Berg, auf dem Knappenberg. Hüttenberg war ja sehr bekannt für seinen früheren Erzabbau und Bergwerke und dafür braucht man Knappen und die haben auf dem Knappenberg gewohnt. Da oben ist ein Tibet-Zentrum. Gegenüber des Museums gibt es so eine Art Tibet-Pfad, das zieht sich so ein bisschen in den Berg hoch, da mit so Leitern und für gegen zwei Euro Eintritt kann man dort also reingehen, gibt ein kleines Drehkreuz, wirft mal Geld ein, dann sucht man sich aus dem Schrank nachher so einen kleinen Helm aus und dann kann man dort die Treppen hochgehen und das geht richtig weit hoch, das könnten so 50 Meter sein und das Ganze ist natürlich beeindruckend, nicht nur wegen der Sicht, die man von dort oben hat, sondern auch, weil man einfach einen Haufen Sachen auch sieht. Die haben dort Bilder angebracht mit tibetischem Inhalt, überall die Gebetsfahnen und überhaupt erst mal so dicht an der Wand und so steil dort hochzulaufen, ist teilweise auch nicht ganz ohne. Da habe ich mal wieder gemerkt, dass ich nicht sonderlich höhenfest bin, obwohl es dort wirklich gesichert ist und relativ breite Treppen mit Geländer, aber wenn man so durch das Lochblech nach unten guckt, ist es schon interessant. Muss man auf jeden Fall machen, wenn man einmal im Museum war, dann sollte man sich die halbe Stunde auch noch gönnen und dann einmal oben hochzulaufen und sich das anzuschauen. Die Bilder hier, die wir gerade sehen, waren übrigens neu, die haben wir das letzte Mal noch nicht gesehen. Ganz nebenbei, finde ich, ist das auch eine ingenieurtechnische Meisterleistung, dort diese ganzen Treppen in den Fels zu verankern, die ganze Sache aufzustellen. Kommt vielleicht jetzt von den Bildern her gar nicht so richtig rüber, aber wenn man einmal dort ist, dann sieht man, dass das nicht so einfach ist. Hier auf dem Bild kann man es vielleicht erkennen, dass das gar nicht so ohne ist, dort solche Konstruktionen in dem Fels zu hämmern. Ja, das ist unser Besuch in Hüttenberg gewesen und das ist jedes Jahr ein besonderes Highlight. Und dann waren wir ja noch zwei weitere Tage in Mühlen, also Mühlen und Hüttenberg liegen übrigens nur so 10 Kilometer auseinander. Mühlen in der Steiermark und Hüttenberg dann schon in Kärnten. Und die anderen zwei Tage sind wir einfach ein bisschen rumgewandert dort. Das ist ja eine traumhafte Gegend zum Wandern, das muss man schon mal sagen. Man kann auf den Zirpitzkogel hoch, wenn man möchte. Das ist dieser große Bergehintergrund, genau jener, den wir hier jetzt gerade sehen. Den kann man in zwei Etappen erreichen. Eine Etappe über die Tonner Hütte, wo man dort übernachtet und dann nochmal hoch und wieder zurück. Oder man macht es wie wir und bleibt unten und streift ein wenig in der Gegend umher. Gerade so jetzt in der, das war ja frohen Leichnam, das frohen Leichnamswochenende haben wir ja hier noch im Blick. Da war noch alles relativ leer. Am Anfang war es auch noch vergleichsweise kühl, also überhaupt kein Vergleich mit den 30, 35 Grad, die wir jetzt draußen haben. Sondern hier hat man tatsächlich früh sich noch einen Pullover angezogen, vor dem Losgehen. Und man sieht es auch an den Wolken, es war nicht die durchgängige Hitze, was zum Wandern natürlich perfekt ist. Und ja, traumhafte Gegend. Man kann dort Runden gehen von, ich sage jetzt mal zwei, drei Stunden bis zum ganzen Tag. Da kann man die ausdehnen, man kann noch viel länger dort bleiben, man kann Ausflüge in verschiedene Richtungen machen. In den zwei Tagen, die wir dort waren, haben wir eben das erkundet, was ihr hier jetzt seht. Ja, und das hat uns richtig sehr gut gefallen. Nun habe ich genug geredet, ich lasse euch mit den Bildern allein. Das Video geht noch so fünf, sechs Minuten. Schaut es euch an und sagt es mir, ob es euch gefallen hat oder nicht. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Bis dann, tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020